Joa Joa Leute und damit Willkommst du zu Live in the Woods Mit dem Flash Mit Centus der hat mir das Ohr kaputt geschrien Aaaaah Aua Aua was war das gerade Ich bleibe aber auch keine Ahnung Ich hätte das nie mal geredet Ey Das war schon der Hammer ey Was? Oh ist fast geplatzt Oh Hattest du eigentlich überhaupt noch Material? Für was? Ja leid für Wurz Ja ein bisschen hab ich tatsächlich noch Ich hab gar nichts mehr seit einer Woche schon Ne warum sagst du denn nix seit einer Woche Nö Ja das ist wieder Boah ey wie fängt das gerade leicht ins Längen bei mir Leggy Leg? Internet Leg Leg? Nein Das Spiel Lol Jetzt gehts wieder Keine Ahnung Ich hab Offscreen Weiter gebaut Also Hat glaube ich jeder von uns aus Ausgebaut Und dann kommen wir die Idee Och du kannst das ja gleich mit ihm machen Dann brauchst du auch andere Richtung auch noch mal eins runter Hattest du das nicht in die Aufnahme so gemacht? Nein Habe ich nicht Das ist das ja Okay Ich glaub die Ebenen hatte ich Irgendeine Aufnahme Oder jetzt nicht? Ja genau die Ebenen war ohne Aufnahme Und ich glaub das Treppenhaus hast du teilweise sogar mit in die Aufnahme genommen Aber ich glaub da fehlte was Weil die Aufnahme doch im Arsch war Mhm Nachdem mein PC doch mal der Flup weg war Der Flup weg war Achja stimmt war direkt nachher nach wo wir Schluss machen wollten ne? Wo ich auch beendet hatte ja Ja genau Aufnahme war beendet Und ein bisschen später ist er abgeschmiert oder so Keine Ahnung Ich hab benutzt den natürlich auch wieder runtergeschmissen jetzt Und Die Aufnahme war trotzdem im Eimer Ich hab keine Ahnung warum Ich hab keine Ahnung warum Ich hab manchmal ein bisschen komisch Wo kriegt der denn jetzt noch Ärzte her? Habe ich grad reingeschmiert Er hat er noch Gott wunderbar Wo pumpt der denn jetzt die Ärzte rein? Und Heavy durchs Updaten von Zwei Mods Bugs Bei mir aufgefallen rum Ich hab halt Und deswegen ist das jetzt so Scheiße mit der ganz unteren Ebene Die ist bald nicht so weit Wie ich fertig gemacht hab Und das kannst du schon den ganzen Stein einzusortieren So schlimm ist es noch nicht Darauf zwei Etagen gebaut Ja gut Ich bin ein Stück weiter unten Kann ich nicht weiter sehen Gehe ich weiter hoch Dann kann ich besser sehen schon Und da ist ja sowieso immer so ne Matsch Ebene So ich seh grad Da sind noch Zwei Drei Freie Plätze Das ist soweit halt Alles schon einsortiert Die Kisten sind oben Der ganze Stein ist schon alles leer Fast nix mehr da Das ist eigentlich schon alles hier unten Außer dein Ender Was für Ender Punch Und sowas Für was war denn Weiß Weiß war allgemein ne Ja Weiß war allgemein Ich hatte für dich doch schon mal fertig gemacht Ja genau Einen Rucksack habe ich schon Aber warum haben wir denn noch eine Kiste Achja für irgendwo hinstellen nochmal ne War das so Irgendwo aufs Feld oder so Ja Ja Ich weiß es grad nicht mehr Eine steht noch oben Und ich hatte drei Stücke gemacht Eine fürs Lager sortieren Und halt zwei weitere Fragen Hinstellen Dann fehlen nur noch unsere privaten Ja Gut Ich hab halt Ja Ja Für dich so die Zuschauer auch grad ne Ja ja passt Ja Für mich passt das ja dann Ja und Und halt alles was abgeschlossen ist Wo schon Items drin sind Und die Items die nicht Da rein gehören Werden hier hinten wieder rausgeführt Ja Ich seh grad Da ist noch ganz viel Gneiss drin In Der 1 Boah ich glaub Die war nämlich voll Ja die vier Diese acht Kisten Ne ne Hier unten Dirt Hängt da auch noch in der Warteschleife Sondern gar nix Leck mir nicht Ich hatte da schon das Problem Light-Engineering-Löcke Ja Jo Dirt Warte mal Hatte das Buch nie angezeigt Wie viel ich wirklich brauch Also ne 19 und 8 Jo Okay Ja Fangen wir mal ein bisschen an zu basteln Hier hinten ist gehört Sind gar nicht Voll Drei 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 Ich hab mehr bei euch Mutter nicht Gemerkwürden Drei 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 Muss ich grad noch mal gucken Ja Ich glaub's ich hier mal gerne mal Nicht das da hinten mache Haben wir Bücher? Rohbücher? Ich glaub nicht Das glaub ich nicht Das glaub ich nicht jeder auch noch an das ist genau wie konnten das leder mit diesem komischen pool ab 30 was sich level deswegen ich kann eigentlich mal ein paar bücher mehr herstellen ab und zu so ein bisschen was hast du gerade diese diese faden pflanzen abgeerntet aber wir hatten doch ein chunk lauter drauf oder nicht ja okay der steht ja auch da vorne aber die jetzt nicht gewachsen sind oder so deswegen wundert mich das ja gerade etwas das kann natürlich auch sein das weiß ich natürlich nicht wenn sie das funktioniert auch das ja nix sugarcane das wird auch noch ekelhaft schon projekt keine lust das wieder zu brauchen im game und ja bis in einer halben stunde fertig hast alles im kopf willst du es bauen sechs stunden später weil sie wieder nicht passt das ist immer das gleiche ja jetzt macht er das ok brauchte den ob man das einfach nur abbauen eben und jetzt weiter wird heute hat er gerade nicht wieder gecheckt ja ich weiß nicht ich habe hier und ich weiß noch nicht mal wo ich den hingesetzt habe ich würde die öffentlich stellen oder glas block mittlerweile drüber machen da bitte in der ganz unteren ebene das war nur eine ebene unter für andere sachen zu verlieren irgendwo habe ich den eingesetzt so dass er eine gute reichweite hat nur ich dachte ja das war nämlich unten die chance aufbauen jetzt wollte ich mal welche richtung war es ja alles so dunkel ist ach da ich würde sagen musste suchen ich habe schon ich könnte eigentlich unten ich weiß auch nicht wo wir das hinstellen sollen das zauberding wo tun wir denn das ding hin ich werde auch weiter so machen dass ich die ganzen ebenen dann aufbauen ja die dauern uns zu lange finde ich eine aufnahme ja werden alle dann so gleich werden wie die allererste die ich da ganz unten gemacht habe muss ja unbedingt fertig werden das war ja das problem äh ich kenne das ja irgendwer das me system muss fertig werden nein 10 milliarden jahre später me system fertig nein aber dann wenn alles da ist er ist fertig komplett tut die ja ja wenn dann kommt es einmal richtig habe ich noch eine truhe na gut man muss halt auch erstmal gucken weil wir noch so viel stein haben ich habe und ganz unten sind halt nur noch drei dinge fertig wo was rein kann ja aber wir haben immer noch viel zu viel stein updates ja gut updates aber ich glaube da sind trotzdem noch genug stäber wo das nicht ansortiert werden könnte dann ganz unten schon mal fertig fertig erstmal geh ich mal zur query hin ähm nein mir kommt wieder sachen in den kopf das lässt so sein ja im kopf gerade gehabt du kriegst du xp punkte wenn du sachen aus dem ofen nimmst ne mit dem hebel umschalten können automatisch abfüllen oder händisch abfüllen ich lass es sein kannst du mich auch rauspumpen nein geht nur mit mit jetzt das ender ding da kriegst du auch die xp ja ich glaube dann müssen wir auch einen anderen mod drauf haben ja klar dann musst du nicht nur den mod drauf haben muss er auch aber warum wir haben bildkraft abgedatet funktioniert jetzt mit allem sonst hätte zu ende nehmen können dann wäre es schon wieder ich glaube auch zu viel technik gewesen weil ich dann sehr auf die maschinen verlässt und zwar in das in blöcke klingt immer gut und schon wieder kein eisen das ist doch kack ok müsste doch leer sein noch nicht habe ich da nur aber die punkte ist doch nicht weg oder das zeug es bleibt doch bei der query hinten in den kisten oder nicht ja klar ich frage mich jetzt wo stand die denn jetzt die query weil es in diesem komischen sumpfgebiet nein lange nicht mehr das war da wo wir die schlucht gefunden haben wo wir wo wir und in der höhle gespawnt sind da hast du dich hingesetzt da oben ich werde die nie wieder finden obwohl ich die wege beschrieben haben für die query welt dann sind es definitiv die anderen ich brauche was ja wir müssen halt auch noch mal gucken wo wir dann überhaupt die ender schätze ja gut das wo ich das jetzt eingesetzt hatte war ja ja doch wie draußen ja leicht ich habe nur wenn ich zwischen dem holz hier zwischen gehe da wo der zwischengang ist das nicht weil da links und rechts carpenter sind das ist ja kein voller block du kannst ja keinen block in die mitte reinpacken hier das ist alles ein halber block das war affig 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 da leckt es einmal kurz ja weiß ich nicht sonst sonst nichts was es läuft ja noch nicht mal maschinen richtig läuft ja fast gar nichts ja ich weiß auch nicht wovon das kommt komisch ja ich will mal gucken was da noch in den kisten war bei der knirgel ich will ja noch was mitnehmen stimmt schweizer ach das merkst du jetzt eine für bückel kriegt daraus 2 kann ich so viel bauen wenn man in der rutsch dabei was bräuchte noch gaktus farbe lapis hab ich krieg ich denn jetzt noch farbe her weil das mit der query war ja auch jetzt erstmal nur dass wir mit dem copper hinterher kommen dass wir eine elektrizität machen können ja klar genau das ist ja was ich jetzt gerade so deswegen habe ich ein bisschen mehr ausgehoben weil wir haben trotzdem recht wenig gefunden haben die meine ganze kiste ich meine ganze kiste ja ja gut er hat ja noch mal verdoppelt ja klar das heißt er war ja nicht mal eine halbe kiste noch eine viertel kiste naja dass man gefunden hat aber dadurch kam eine halbe raus ne war das auch nicht so ich glaube sie war halt auch schon die ganze zeit fertig die kröbel vor allem wie die schlucht komplett unter wasser sitzt oder fast komplett du bist doch nicht schlimm und war doch wäre dann ja obsidian auch noch gewesen so was ja ja du meinst du wie viel obsidian obsidian wir jetzt haben das natürlich das ist natürlich naiso vor allem durch die updates ist das ganz gut aber ich hab schon wieder nichts mehr zu essen geschehen ooooh dann nimmst du nie was mit ne du bist doch schon viel vorbereitet ja hier war sie fertig am liebenden tag ach ne die arbeitet hier ja immer noch lol what the fuck warum ja dann hängt sie unten mit wasser und äh hier ist komplett alles mit wasser ja dann wird sie unten irgendwo hängen ja ne aber die müssen schon lange fertig sein hängen ne ne der hat dann bestimmt so eine Ecke oder so irgendwo gefunden weil die gehen ja auch durch blöcke dass der mit wasser und lava immer cobblestone produziert ne jetzt bewegst du dich noch mal ein paar blöcke brennen warum die man noch so lange braucht weiß nicht meine flossen hat mitgenommen flossen das beste was man haben kann äh da bin ich da ganz so schnell tauchen vor allem nicht auch was das schöne na brennt auch Gneiss sollte ja aber ich glaub da beim Gneiss nutzen mein Kopf ist so das wird noch nicht mal schlimm sein der ist gerade mal Höhe 16 lol ne Gneissbach kommt raus nicht gleich wenn ich hab bin ich abgesoffen tot nimm dir was zu essen mit brauchst du was war das so jetzt ist noch nicht klar ist gesoffen ach ja stimmt da ist noch was drinne guck mal Hamburger sind auch noch unten fertig was war denn hier noch ach ja weil hier war diese komische Ebene da für ja wie sieht das für komisch aus wenn hier einige Texturen nicht richtig angezeigt werden weil Optifine verändert die ja nochmal ja aber das ist halt wenn es halt so ist kann man erstmal das ist gerade so die Frage Frage erst mal wieder Material weg brauchen wir später mhm genau Werkzeug hab ich noch 1 3